Hallo Leute, ich bin's wieder, eure Jenny und heute mache ich eine Mädchen-Wundertüte auf und ich mache sie jetzt auf. Jetzt zieh einfach was raus. Okay. Ich habe etwas... Oh, was ist das? So ein Malblock. Ja. Jetzt noch eins. Oh, oder? Ja. Oh, Wasserfarben. Ist noch was drin? Ja. Oh, ein Stickerpaar. Ein Sticker mit Philly. Sollen wir den dann in einem einzelnen Video aufmachen? Okay, wir machen damit für alles noch ein einzelnes Video. Okay. Jetzt gucken wir, ob da noch was drin ist. Noch was? Die Wundertüte. Ist leer. Ja. Okay. Also, tschüss und bitte Daumen nach oben und abonnieren und bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Tschüss.